Der Pfad Dann schauen wir mal, ob er hier ankommt Ui, hier ist zumindest ne Höhle Ach was mit nem Portrait drinnen Ist ja nice Schon das erste Lohrgeheimnis hier gefunden Wer hätte das gedacht? Ja Sehr sehr krass auf jeden Fall Was ich für an Sachen hier gefunden hab Und das ist grad mein erster Gebiet Das ist übelst krass Ui, 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 ui Ui, 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 u